Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal Sturm. Wieder mit zwei Unterstützern und ja, wir spielen 3 gegen 3 Sturm. Bin schon gespannt, wie es wird. Habe ich selber fast noch nie gespielt, aber ist, glaube ich, ziemlich spannend. Strategie, was machen wir? Okay, alle erstmal unten am unteren Bunkersporn. Okay, alles klar. Gerade bist du, welchen wir uns noch schwarz? Sofern jetzt kein Synchro-Error kommt. Moment, ist immer noch alle schwarz. Wie tut's? Runde am unteren Bunkersporn. Alle Sniper scharfschützen. Hier unten. Alle? Sniper. Alle Sniper, alle Sniper. Bin draußen. Waffen... Ähm, Marc, du machst Waffenstufe. Dings, du machst keine Waffenstufe, Hannes. Gleich vorsprenten, los. Was mache ich dann? Mache ich defensiv, oder? Du machst defensiv. Hä? Na, du bist mitten. Wir müssen zuerst hier unten den Bunker durchbrechen und dann hier langsam vor. Okay, alles klar. Gib mir jemand Deckung gegen Infanterie. Während ich den Bunker kaputt mache. Ja. Mach das mal, Marc. Genau. Da vorne sind sie schon. Ja, ja. Drei, alle drei sind hier. Bei mir. Das zweite auf Waffenstufe. Ja, ja, Waffenstufe. Als Waffenstufe. Okay, als ich hier habe, musste ich jetzt leider zurückweichen. Marc. Boah, hier ist einer. Nicht laufen, schießen. Wir müssen den ersten Bunker mit Snipern zerbrechen. Da der Sanitätermob. Jawohl, Marc. So. Okay, ich komme zur Hilfe. In Bewegung. In Bewegung. Da den Bunker zerstören. Ja, ich bin schon dabei. Äh, Achtung, hier sind zwei. Ja, ich kümmere mich drum. Äh, zwei Gegner. Okay, das FG ist bald zerstört. Noch zwei Schüsse. Vielleicht noch einen Schuss. Ja, jetzt noch einen Schuss. Jawohl. Jawohl. Zwei. Na, Junge, die haben es alle auf mich abgesehen. Die erste Verteidigungslinie der Alliierten wurde durchbrochen. Ja. Ich komme jetzt mit schweren Waffen. Jetzt sind wir jetzt vom Schlachtfeld weg. Marc, helfen wir. Okay, ich bin leider gestorben. Dann kommen die Sanitäter und bleib bei mir. Ich komme jetzt mit Sanitäter, jawohl. Sieben Sekunden, Moment. Ja, ich werde hier vorne schon mal ein bisschen zermürben. Ja. Okay, ich komme. Ich bin vorne beim Panther-Frag. Das siehst du aber, glaube ich, auch. Ja, ja. Den Jeep kann man gut snipern. Marc, du bleibst weiter, Sniper. Okay, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, nice. Nice one. Ja, passt. Jawohl. Da drüben ist er. Ich kümmere mich um. Ja, ich helfe dir. Nein, nein, helfe Marc, helfe Marc. Okay, alles klar. Nein. Ach, verdammt. Wir müssen weiter in Vorrücken. Ja. Ich kümmere mich um die Verteidigung. Okay, alles klar. Dann drücke ich mal weiter vor mit meinem Sanitäter. Ja, jetzt das App geht erst ausschalten. Ich kümmere mich um die Verteidigung. Den sollen wir für dich umlegen. Attacke! Ich kümmere mich um die Verteidigung. Ich kümmere mich um die Verteidigung. Ich kümmere mich um die Verteidigung. Ja, passt schon. Okay, MG, das müsste es bald ausgeschaltet sein. Mitkommen! Ja, das ist bald ausgeschaltet. Das eine ist best. Jawohl. Das ist ein blöder Offizier. Jawohl. Äh, wenn du heilen. Ja, okay. Das ist schon heilen. Jawohl, passt. Ich sag schon, was ich brauch. Okay. Ja, jetzt komm her. Jetzt kommt er erst weg. Ja, passt. Perfekt. Okay, jetzt weiter durch die Verteidigungslinie durchbrochen. Jo, jo. Immer weiter, immer weiter. Und Heilmark schön. Ja. Immer schön ganz ruhig nachladen. Muss noch ein Stoß. Und. Jawohl. Ja, passt. Der Sander spielt nicht zum ersten Mal. Ja. Nicht, nicht so aggressiv spielen, Hannes. Wieso? Ähm, damit du nicht gleich verweckst. Ja, ja. Passt schon. Wir sind ja zu zweit, also von dem her. Also das im Gegendness schalte ich noch aus. Und dann spiele ich mal ein bisschen defensiver. Jo, ich schalte hier vorne die zwei locker aus. Level 7er. Perfekt. Locker da sitzen. Jawohl, nächste Beteiligung ausgeschaltet. Kannst du mich mal heilen? Bitte? Ähm, ja, da kommst du mal kurz her. Zu mir. Jetzt schießen wir endlich zu frei. Ah, die haben die komplette erste Linie kaputt gemacht. Jawohl, jawohl, jawohl. Du bist gleich da und das ist nicht gut. Bis nach da hinten zu laufen ist, bitte. Ich probier's einfach mal. Du probierst. Genau. Boah, wie viel Schaden ein Schuss macht mit einem Sniper. Ja, ja, schon krass. Hinter euch. Hinter euch ist einer hier vorne. Sniper, ein Sniper, ein Sniper. Tarn dich, Mark, tarn dich. Hab ich. Hier. Nein. Hier. Hopp schon, schieß. Wo bist du? Warum rennst du? Ja, ich will das eine MG-Erstellung noch zerstören. Die letzte. Ja, aber da unten waren zwei Gegner. Achso, ja. Werf eine Brandgranate hin, dann ist gut. Ja, ich will das. Jawohl. Jawohl, wird erledigt. Dioniere stehen unter Beschuss. Bebegon, los. Anke. Nicht gut. Jawohl. Jetzt kann er sich erstmal hier schon austoben. Ah, jetzt bin ich tot. Ich nehm jetzt mal was anderes. MG-Nest ausgeschaltet. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, ja, also. Jetzt fällt nur noch dieser komische Treibstofftank. Den haben wir gewonnen. Ähm, was nehme ich jetzt? Oh, das ist ein Genest ausschalten. Das richte ihn ja auch. Was sind denn überhaupt die anderen Gegner? Die stehen bestimmt in den Posten. Zwei von denen sind auf mich gegangen. Ja, die sind ja mittlerweile wieder gespawnt. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist jetzt eher nicht zu wissen, wo die jetzt sind. Da oben. Das sind zwei. Einmal habe ich ihn getroffen. Ein weiblicher Held wurde getötet, habe ich jetzt verstanden. So, dann werde ich mal den Kollegen im Suchen abstatten. Mach das. Freut sich immer alle. Ja, ja, genau. Vor allem. Das ist ja schon wieder festgenadelt. Jetzt schießt er endlich! Ja, dann bringen wir es zu Ende, Jungs. Oh, fuck. So, dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt noch reißen können. Schafe. Genau, würde ich auch sagen. Das hilft uns jetzt auch weiter, wenn wir hier ein paar Klonsschafe irgendwie haben. Ich werde mich mal hier vorne um den Offizier kümmern. Okay, und ich werde mal das zu Ende bringen. Magda. Pass auf, davon sind MGs und Mörser. Ja, ja. Einer ist bei uns in der Base. Ja, ich kümmere mich schon drum. Ich kümmere mich schon drum. Juhu. Ich bin da. Ich muss mich verarschen, jetzt hast du mir den Kegel geklaut. Nein, ist hier noch einer. Marc macht's alle fertig mit Romsnivern. Ja, okay, der hat aufgegeben. Hat gesehen, dass es keinen Sinn mehr macht. Denn ich mein, mach den Mörser noch kalten, dann machst du sofort da oben das Ding. Ja, ja, okay. Jetzt lass uns da unten erstmal stehen und guck dir mal zu, wie du das machst. Lass dir nur Zeit. Das würde nicht killen. Mach dir erstmal das teilfertig, dass wir mal auch sicher sind. Ja, ja. Ja, jetzt passt's. Haben wir jeden Moment gewonnen. Der eine MG-Stellung noch. Und irgendwie machen die auch keine Anstalten, mich hier zu vertreiben, also. Ich kann hier in Ruhe alles vernichten. Aber in Ruhe. So macht man das doch gern. Komm, ich will hier nach Kellen. Jawohl, Granat schon hin und boom. Schön rauslocken. Jawohl. Habt ihr gerade die Serie gesehen? Mach's jetzt fertig. Und lauf nicht überall hier rum. Ja, ja, ich mach's jetzt fertig. Ich bring's zu Ende. Na los, auf geht's. Noch eine Salbe. Ja, der ist da. Ein Cowboy. Ja, mach's. Oh, dass du gleich kaputt machst. Nein. Muss doch mal rumspielen. Ja. Ich muss ja auch mal Spaß irgendwie haben. Jawohl. Ist so gut wie erledigt. Na los, STG. Zeig, was du drauf hast. Leichte Fahrzeuge der Amerikaner nähern sich von Osten her. Genau, ja. Auf geht's. Mach das Ding kaputt. So, noch ein Schuss, dann ist er weg. Und. Noch ein Schuss, komm. Jawohl. Und jetzt den Treibstofftank. Verstetigt. Die dunkle Tart, sie ist nun verbracht. Da noch eine Granate rein. Genau. Und da ist auch noch einer rausgestiegen. Aber ich möchte jetzt der Explosion sehen, bevor der andere auch noch rausgeht. Na los, komm schon. Auf Gott. Bissle zackig hier. Ne, Sturmwaffen bringt's nicht. Ja, vermerk ich auch gerade. Aber, naja, ich führe es jetzt zu Ende. Da läuft ein brennender Deutscher. Was? So, jetzt wird's gleich alles hier in die Luft fliegen. Gleich. Ah, jetzt hast du dich auch mal näher hingestellt. Hast eingesehen, dass Sturmgewehr näher besser ist. Werf eine Granate und dann hau ab. Ne, werf eine Granate und dann stelle ich irgendwo hin, wo du lange brauchst, oder auch nicht. Juhu. Run, Digga, run. Ja, perfekt. Der läuft doch mal hin. Okay, perfekt. Also, dann verabschiede ich mich mal von meinen YouTubern, von meinen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Kommentare. Und ja, ciao, ciao.